Dieses Ableton-Rack ist dein ganz persönlicher Ghost Producer. Ich zeige dir wie das geht. Mein Track tönt momentan so. Okay, ganz nett, aber mit zu wenig Abwechslung. Ich brauche einen Ghost Producer, aber woher nehmen? Auf Fiverr, Kollegen anfragen? Nee, programmiere ich mir selbst. So geht's. Fülle einen MIDI-Clip von unten bis oben und bis zum Ende mit Noten. Zweitens lade ein Drum Rack und fülle es mit passenden Sounds. Ausserdem setze die Joke Group bei allen auf eins. So wird nur ein Sound gleichzeitig gespielt. Drittens lade einen Arpeggiator und setze ihn auf einen Random Style. Den Groove kannst du nach Belieben einrichten. Ich habe Swing 16 und Raid ein Achtel gewählt. Fertig ist dein Ghost Producer. Interessiert mehr zu lernen? Lasse dich bei uns beraten, welche Kurse am besten für dich passen. Den Link zu den Kursen und deinen persönlichen Online-Beratungstermin findest du in der Beschreibung. Das war's mit dem aktuellen Video. Wenn es dir gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank. Hier nochmals die verlinkten Videos und der Subscribe-Button. Mir hat's Spass gemacht. Happy Music Making. Bis bald. His Bis zum nächsten Mal.